Okay, hey, yo, Leute, was geht ab und damit? Stopp, so, Ton an und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Genau, wenn ihr unter, wenn ihr einfach beim Fahren plus drückt, im Übrigen, ich habe ein paar neue Autos, kann ich euch auch gerade mal zeigen. Drückt einfach Pause, damit ihr euch das durchlesen könnt, kurz hier, was für Autos es genau sind. Ich weiß nicht, welche neue sind, ich gucke hier nicht häufig rein. Genau, wenn ihr also auf Pause drückt, dann kommt ihr zur Kampagne, dann könnt ihr hier links auf Abenteuer von Horizon, da sitze ich jetzt davor, und dann könnt ihr hier jeweils eine Story auswählen. Also hier könnt ihr dann die Kampagne fortsetzen. Ich wusste das nicht, es tut mir leid. So, Automeisterung, können wir euch hier schon irgendwas Sinnvolles kaufen? Kostet drei alles. Erhalte sofort 50.000 Credits. Im Übrigen, ich habe jetzt fast 2.000.000 Credits, ich habe ein bisschen, ein kleines bisschen gesammelt. Ja, holen wir doch die Credits. Und dann habe ich noch einen Punkt, und für den, da spare ich dann, dass wir uns einen Wheelspin holen können. G, na oh, wir haben auch eine Automeisterung. Achso, wir haben einen Punkt, ja, aber den kann ich nicht investieren. Genau. Dann ging also auf jeden Fall Kampagne, und ich bin jetzt auf die Wilds gegangen. Horizon Wilds ist ein Dirt-Rennen, und zwar suchen wir irgendwie eine Großkatze. Ihr werdet das gleich sehen. Ähm, Offroad-Auto habe ich, ähm, genau. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Und jetzt öffne ich nochmal hier was, damit wir auch gucken können, es läuft so. Ja, ist das okay. So ziemlich, ja. Oh Gott, ja. Ähm, im Übrigen, ich habe jetzt neue Einstellungen beim Aufnehmen. Also, es könnte theoretisch im Bereich des Möglichen sein, dass die Grafikqualität gestiegen ist. Ähm. Man könnte davon ausgehen. Man könnte aber auch nicht. Jeweils Ansichtssache. Also, ich finde, es sieht ein bisschen besser aus, aber halt wirklich nur minimal. Ich kann nichts, dass der ist. Es tut mir leid. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir gerade weiter. Gut. Ich musste gerade noch was checken. Und mit deiner Hilfe werde ich sie bestimmt finden. Weil, als ich es letztens aufgenommen habe, ist einfach die Aufnahme abgestürzt. Dann war die Grafik total schlecht. Also, das war Minecraft-Grafik in dem Spiel. Der hat dann irgendwie, ich glaube, 20 mal 30 Pixel aufgenommen. Keine Ahnung, also, das war total weird. Der schaltet ja sogar wirklich. Also, das sieht zwar nicht gut aus, wie er schaltet, weil ich habe Grafik... Also, die In-Game-Grafikeinstellung habe ich runtergemacht und dafür die Aufnahmeeinstellungen ein bisschen besser. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt gelohnt hat, aber ich denke schon. Mein Auto habe ich am anderen Ende der Piste gelassen. Alle meine Sachen, auch die Notizen, sollten in den Flugkoffern sein. Kannst du sie auch finden? Ich muss jetzt irgendwas für den suchen. Okay. Die große Katze ist ein Auto, oder? Ich schätze, ein Jaguar? Offensichtlich. Sorry, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist ein Scheunenfund. Denk dran, mich an meinem Auto abzusetzen, wenn du es gefunden hast. Ich dachte, es gibt Tiere oder so. Ähm. Wird so eine Frage, wie finde ich das jetzt am besten? Also, hier irgendwo im Areal. Ach. Scheunenfund, ja, dann fahre ich halt so. Halt! Da ist ein Stern. Stopp! Stern ist immer gut. Ich sehe das nur auf der Karte. Was hält, wo? Ah, ich sehe. Wir können hier das Flugzeug hochfahren. Ja, ja. Ich denke, es hält eine Kiste. Der Flugschreiber sollte jeden Crash überstehen. Vielleicht nicht, wenn er überfahren wird, aber... Ich sehe dich nicht aussteigen und ihn holen. Hier ist noch eine Kiste. Ja, das sind meine Notizen. Laut Diorosa wurde der Jaguar vor 20 Jahren zurückgelassen. Ich habe die grobe Lage auf deiner Karte markiert. Es klingt spannend. Ein 20 Jahre alter Jaguar. Äh. Wie bekomme ich dich? Gar nicht? Mit der Drohne? Die kann ich nicht nutzen? Nö. Drohne ist gesperrt. Es gibt eine Drohne, mit der könnt ihr rumfliegen. Damit alles einfacher zu gucken. Aber... Es scheint hier nicht zu funktionieren. Okay. Mal gucken mal hier, was gibt es denn hier vorhanden? Also hier in dem Areal soll irgendwo... Eine Großkatze... Ein Jaguar versteckt sein. Warum hatte ich eigentlich für 20 Sekunden die Hoffnung, dass er vielleicht doch eine echte Katze meint? Weiß auch nicht. Wie soll man denn da hochkommen? Ach so. Ja gut. Noch ein Stück zurück und dann hier rücken. Oh, wir müssen das sogar mit Gas machen. Also damit ein bisschen Anlauf. Das wird schon klappen. Oh, da gibt es 5.000 Points, wenn wir hier rüber fahren. Machen wir das doch kurz. Drift! Vollbremsung. Und hier... Hier müssen wir jetzt mit Vollgas durch. Ich hoffe, das klappt. Ich glaube ja eher nicht. Mit weiße Scheune und brauner Tür. Ja, weiß. Das sind LKWs. Ist der das auch? Hälfte der Punktzahl, ein halber Jaguar? Ich glaube, diese weiße Scheune mit brauner Tür ist irgendwie so ein blödes Flugzeugteil. Ich weiß auch nicht. Der hat die ganze Zeit irgendwelche komischen Forschungen. Eine große Katze. Ein Jaguar. Lässt sich drüber streiten. Ob man das jetzt wirklich als Jaguar... Oh, das ist hier Out of Map. Achso, deswegen auch die Linien hier. Okay. Und ob man das jetzt als Out of Map sieht... Hier! Das sieht gut aus. Sehr schön. Ja, also ich höre, ich sehe. Ich fühle. Endlich. Es ist der XJR 15. Rapido y raro. Und weit weg von seiner natürlichen Heimat Großbritannien. Wie er wohl hier gelandet ist? Keine Ahnung. Also hä, woher soll ich denn das wissen? Oh, wir haben einen Stufenaufstieg, Leute. Gibt das den Wheelspin? Ne, sowieso aussieht nicht. Ja, aber war das das, wo wir nicht dran gekommen sind, oder? Ja, in dem Hangar. Heißt das Hangar? Ich wüsste nicht, wie man da hinkommt. Außer... Ja, okay. Habe ich mich jemals über das Spiel beschwert, dass es nicht schaffbar sei? Ich seh halt nix. Hey Rami. Wie kam es, dass du 100.000 Credits dabei hattest? Bitte, das waren nur ein paar Gewinne aus der Straße. Ein paar Gewinne, ja. Man kennt es so. Hui. Hui. So ein paar Gewinne. Mit der Steuerung komme ich echt schon besser klar. Das freut mich. Ah, hier kann man über den Flügel vom Flugzeug holen. Das heißt, es geht hier kaputt. Hätte man ja erahnen können. No! Also, das sah vorher auch schon so aus. Das müssen wir in einem Run schaffen. Ich seh schon. Ja, und so wird das nix. Waui. Yes. Du hast meinen Fliegeranzug. Viene, Joe. Was hast du denn beim Fliegen angehabt? Das ist mein Ersatzanzug. Was dachtest du denn? Du kannst ihn auch behalten. Oh, neue Anziehung. Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Da hin? Sicher? Ah, an der Piste absetzen. Ja, das macht Sinn. Weil der will jetzt wieder wegfliegen. Oder? Ich habe halt keine Ahnung. Ich komme mir so richtig unwissend vor. Da ist mein Auto. Setz mich ab, wenn du bereit für die Abfahrt bist. Brennt das? Ähm, brennt das? Ja. Tschüss, Rami. Wir sehen uns. Erwechsel das größte Dirt-Rennprogramm, das Horizon je gesehen hat. Und das soll er auch bekommen. Tiefer in den Dschungel. Direkt die nächste Kampagnen-Mission? Die geht's aber ab, Leute. Ach, jetzt gibt's ein Rennen? Nee. Wow. Das Durchs-Wasser-Fahren macht am meisten Spaß, finde ich. Immer schön in der Kabel nach. Hier zwischendurch. Nicht zu viel auf die Karte gucken. Bei Baum? Ja. Ja, ich fahre hier über die Krücke rüber. Hast du Lust, unterwegs ein paar alte Freunde zu besuchen? Na, was heißt das? Ein paar alte Freunde? Wow. Ich hatte Hoffnung, dass du dann jetzt irgendwelche Leute triffst. So eine Crew-mäßig oder sowas. Wir nehmen den Weg. Sind schon nah dran. Ich hab dir doch Pisten versprochen, oder? Alle Haar und ich sind hier als Teenager-Buggy-Rennen gefahren. Haha. Ich hab immer gewonnen. Ich hoffe, du hast die Rivalität jetzt hinter dir gelassen. Rivalität? In Mexico nennen wir das Familie. Ja, wie cool. Okay, okay. Redet ihr auch mal nicht? Sehr schön. Hier geht's jetzt rechts lang. Also mit der Steuerung komme ich mittlerweile schon besser. Klar ist es halt immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Also, weil es halt wirklich zu 100% real ist. Das ist mir jetzt letztens auch beim Autofahrt aufgefallen, dass man Kurven nicht mit 200 kmh nimmt. Das macht für mich auch irgendwie Sinn. Aber trotzdem. Oh, das war ein Fieber dann. Entschuldigung. Eben, und dann wirklich bei so scharfen Kurven muss man wirklich abdrehen. Wir sind jetzt tief im Herzen des Dungels. Nur wir und die wilden Tiere von La Selva. Ich hab bis jetzt auch kein einziges Tier gesehen. Das einzige Tier, was ich hätte sehen können, wäre eine Großkatze. Aber irgendwie war das ja nachher nur ein Auto. Auch irgendwie witzig. Na links. Ich kann's kaum glauben. Das Spiel verbraucht fast nichts von meiner Grafikkarte. Das ist abnormal. Das Spiel verbraucht 0,2% der Grafikkarte. Stimmt, Flamingos gibt's nicht. Ich hab nix gesagt von wegen, es gibt keine Tiere in dem Game. Hier war ich. Hier war ich. In dieser Region. Hier oben ist ein Tempel. Hier. Gab es ein Scheunenfundauto. Teure Dungel müssen sehr langweilig sein. Das kostet aber total viel Geld zum Zusammensetzen. Da sind wir nun. Der Wasserfall ist direkt um die Ecke. Ja, Wasserfall. Oh mein Gott, was? Was verpasst man denn alles? Das Spiel ist wieder... Also, gut. Gut. Gut genug für Alex und die besten Dirtracer der Welt. Das ist perfekt. Ich hoffe nur, die Fahrer sind gut genug für den mexikanischen Dschungel. Und wir bekommen einen Peugeot 2007. Da haben wir noch kein Level ab. Okay. Ich weiß, was du den ganzen Weg durch diesen Dschungel gedacht hast. Dieser Ort wäre perfekt für Dirtracing. Wie das was denn geht? Da ist das Horizon-Provizion-Flugzeug. Und das sind sie, die Horizon Wilds. Seht euch das an. Das ist Alex. Horizon Wilds. Mein eigenes kleines Festival, bei dem es nur um Dirtrennen geht. Wir beginnen mit ein paar einfachen Veranstaltungen. Die Fahrer und Fans haben die passenden Herausforderungen. Also, macht euch schmutzig. Okay, jetzt haben wir Dirtrennen freigeschalten. Und ich sehe gerade, hier gibt es auch einen Scheunenfund. Aber das machen wir mal. Das wird ein Spaß. Hey, Kibasa. Ich habe Veranstaltungen in meinem Rettprogramm, die du noch nicht gewonnen hast. Alles okay? Ich mache nur Witze. Mach weiter so. Ja, ich würde sagen... Ähm, halt. Hier. Nein. Genau, hier gibt es auch sowas. Da gibt es einen DeLorean? Leute. Leute. Marty und Doc Brown warten auf uns. Wir brauchen einen DeLorean. Wie kriege ich den? Kann ich den noch kaufen? Ja, das ist der DMC. Das ist der aus dem Film. Wie cool ist das denn? Sommer, Regensaison. Wann endet das? Bitte sagt, es endet nie. Wie genial ist das denn? Okay, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte... Stopp. Wir haben neue Sachen. Eine dritte Automeisterung. Wir holen uns einen Wheelspin. Und wir bekommen... Leute, 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 Leute. Und... 50 Terrain. Wir haben zwei Wheelspins, Leute. Leute, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, komm, komm. Ja, das ist schon besser. Das ist schon... Das ist okay. Das ist okay. Jetzt haben wir zwei Millionen Credits. Das steht ganz oben rechts, direkt neben dem Kapitel. In Mein Horizon gab es auch was. Das ist so, da waren die Wheelspins. Dann gehen wir wieder auf Kampagne. Und machen als nächstes. Rush. Straßen-Szenen-Rennen. Na, ich hab gesagt, wir machen jetzt erstmal einmal alles durch. Horizon-Bacher, was? Ideale Lage für den Querfeld-Einaußen. Ja, Vulkan. Leute, wir wollten mit unserem Auto in den Vulkan fahren, weil wir wissen wollen, was passiert. Und hier... Okay, wir werden das machen. Und jeder einzelne Fan schreibt mir und fragt, wann Horizon-Bacher eröffnet. Tolle Neuigkeiten. Ich sag allen demnächst, ja? Ich weiß schon, warum ich die Grafik einstellen normalerweise so hoch habe. Das Wasser sieht ja sowas von unreal aus. Aber das passt schon. So. Dann machen wir jetzt nächstes... Wie hieß das jetzt? Ich finde, wir sollten Horizon zeigen, warum in der Bacher das größte Offroad-Rennen der Welt stattfindet. Und falls noch Zeit bleibt, können wir ja an Außenkosten... Ja, an einem Vulkan entlang fahren. Leute, das wollen wir schon die ganze Zeit. Oh Gott. Uuuh. Ja, bis wir dann dort sind, bist du in uns dann gleich. Oder gibt's einen Re-Spin? Ja, aber den können wir noch nicht einsetzen. Okay. Jo, bis gleich. Leute, und da sind wir auch. Es ist direkt vor uns. Der Navi sagt, wir sollen wieder außen rum fahren. Aber ich finde, Offroad ist ein bisschen schöner. Denn da vorne ist schon unser Ziel. Die Bacher-Challenge. Oder Bacher-Expedition heißt das. Oh, da gibt's auch noch einen XP-Punkt. Ich seh's grad. Weil wir den holen uns noch. Oder ist der sich? Ein bisschen links davon. Hier. Wahrscheinlich hinterm Haus oder so. Du hast dein Ziel erreicht. Einen wunderschönen... Ja, hier versteckt. Nein. Alles klar. Also hier hinterm Haus definitiv nicht. Kann man in das Grundstück hier reinfahren? Ah, hier kann man reinfahren. Ja. Dann hier. 1000 Punkte. Okay. Und dann starten wir die... Vaya-Expedition. Let's go! Solo natürlich. Wahrscheinlich kriegen wir wieder einen Auto-Zutrieb. Ich sollte wieder die Maus aus dem Bild nehmen. Ja. 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 La Gran Caldera. Oh ja, das ist... Oh, was ist das denn? Rami? Das ist doch nichts. Ein kleines Beben. Die Aufhängung vom RS-200 steckt das locker weg. Ja. Ich merke gerade, der ist richtig, richtig gut Offroad. Aber to be honest, ich fühle mich nicht gerade wirklich sicher. Ja. Ja, ich seh's. Das Ding fährt Offroad viel zu schnell. Das fühlt sich richtig um. Oh, hier ist ganz schön steil. Ja, ich komm hier nicht hoch, oder? Doch! Was ist das denn für ein hartes Ultra-Auto? Seht ihr, wie steil das ist? Oh, das Auto fährt hier mit 100 kmh auch, als wär's nix. Okay. Aber denkt dran, dass wir den Außenposten brauchen, ja? Ja, ja. Ich trau mich aber nicht mit dem Auto in den Vulkan zu fahren. In den Vulkan zu fahren. Also, ihr hört es nur grummeln. Ich spüre das im Controller. Der vibriert so... Der vibriert stark. Also, nee, der vibriert nicht stark, er vibriert hart. Also, er spürt sich, als würde alles fehlen. Hier, hier vibriert es, weil ich fahr. Was ist das hier? Weiß nicht, ob das so gut war. Ich hab Druck aus dem Vulkan genommen. Wenn du oben bist, sollten wir unsere Tests durchführen und schnellstens verschwinden. Ja, cool. Die Wacher wartet uns. Ich glaube, der Vulkan wird langsam sauer. Oh, die Aussicht ist schon wieder mega. Oh Gott. Da ist sogar ein Heli-Schmopp da. Einen wunderschönen guten Tag, Mr. Swupschrauber. Einmal zurückspulen. Perfektum. So. Das ist ja schön, aber wenn ich tot bin, dann weiß ich nicht, ob ich deswegen in den Nachrichten stehen will. Rennfahrer bei Untersuchung eines explodierenden Vulkans aufgegangen. Fall da bloß nicht runter, da geht's. Na, das Problem ist einfach... Es ist sehr neblig. Also irgendwie hab ich so das Gefühl, wenn man da runterguckt. Ich fahre mal an die Wand. Ja, doch. Aber es sieht halt echt bombastisch aus. Ich fahre das einfach mal um. Das scheint irgendwie richtig zu sein. Folge den Serpentinen. Heißt das so, wenn man ein Vulkanforscher, heißen die Serpentinen? Ich weiß es nicht. Ich hab mich mit Vulkan, wenn ich mich so wirklich befasse. Rennfahrer bei Untersuchung eines explodierenden Vulkans. Feuert dich an! Bis zum Ende! Hm, okay. Bis zum Ende. Ich komme jetzt den Krater hoch, Rami. Verstanden! Du kannst ruhig die Klimaanlage aufdrehen. Ich würde ganz gerne mich ein bisschen umschauen können, weil es fühlt sich so unsicher an. Yo, wie weit oben sind wir hier? Bremsen, bremsen. Yo, Leute, schaut euch das an. Das Wasser da hinten sieht total unreal aus. Aber Leute... Wow. Allein deswegen hat es sich jetzt schon gelohnt, hier hochzufahren. Und hier geht es einmal rum. Oh, Katzi. Oh, da ist Lava. Oh, wie cool. Da gibt es auf jeden Fall ein Dings und Kapokal. Und 3000 Punkte. Oh mein Gott. Die Musik. Aber man kann da nicht reinfahren, so wie es aussieht. Ich muss hier hoch. Komm ich hier rüber? Ja, mir fällt. Klimaanlage läuft auf voll und ist kein Lohr. Jetzt fahre ich also wieder runter. Da ist ein Dorf! Da ist heißes Wasser. Ich kann jetzt ernsthaft mich so wie ein Vulkanologe kleiden. Ich hoffe, ich kann mich nachher wieder umziehen. Ich würde jetzt nicht die ganze Zeit so rumlaufen. Aber es sieht cool aus. Das ist ein bisschen awkward. Ich finde ein Standort für das Seismometer. Ist das nicht der Seismograph oder so? Nee, der ist für Erdbeben, ja? Keine Ahnung. Ich will jetzt hier einmal um den Vulkan hier rumfahren. Ganz ehrlich, das sieht so episch aus. Oh, hier gibt es was zum Plänen. Was? Ah, hier kommt der Seismometer hin. Boah. Auch wie das so verschwommen ist, über der hier oben drüber. So, dass es echt gut ist. Wir haben das Seismometer platziert. Du empfängst die Messwerte? Boah. Das sind nur fünf Dampfventile. Was sind denn Dampfventile? Sind das die? Das sind wirklich die, die ich die ganze Zeit kaputt habe. Ich kenne einfach... Ich mache einfach alles richtig. Halt. Egal. Gibt es noch mehr von? Wo gibt es nicht? Ah, da vorne. Dort. Und hier, was ich jetzt mal? Wenden. Nee, das habe ich noch nicht vor. Ich muss noch einen von diesen Puste-Dingern kaputt machen. Ja, klar machen das Geologen anders. Die fahren eigentlich mit dem Auto drauf. Man könnte vielleicht mit einem Sprung in den Vulkan fliegen. Mal gucken. Extreme Aktivität. Oh, jetzt muss ich wieder... Jetzt sage ich aber nicht, der explodiert. Oh, oh, oh. Was ist das für ein Auto? Oh Gott. Oh, nee. Ich sage jetzt nicht, der explodiert. Nee, 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 nee. So war der Deal aber nicht. Es tut mir leid, Vulkan. Ich wollte das nicht. Ich glaube, ich habe kein Offroad-Auto. Blöd, kann ich den schnellsten Weg runter. Nein, wir springen da nicht. Auf jeden Fall für euch bestimmt episch zum Anschauen. Wir sehen uns. Warum soll ich nicht zurückgucken? Ich gucke jetzt nur noch zurück. Allein, weil der das gesagt hat. Oh, mein Gott, ist das steil. Na, ist schon irgendwo episch. Du hast dich dem Vulkan gestellt. Als nächstes ist ein echtes Bacher-Renn dran. Vamos. Wir kennen eine alte Bacher-Rundstrecke. Die wäre perfekt. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Ich fahre einfach mal die Zunge. Vielleicht nicht im Rennen starten, aber los geht's. Nicht springen. Warum muss man eigentlich mal... Das kenne ich, das ist aus der Startkatz-Ziegel. Was? Nöse. Hä? Ey, so war der Deal jetzt aber nicht, dass ich auch noch ein Rennen fahren muss. Hallo? Ich bin seelisch nicht darauf vorbereitet, jetzt in einem Rennen teilhaben zu dürfen. Jetzt weiß ich, wie man was ein Bacher-Rend ist. Crash-Durban-mäßig oder wie? Darf ich dich überholen? Danke schön. Geh weg. Jetzt ok, ich das auch aus dem echten Leben. Wenn ein Formel-1-Auto von einem Vulkan runterspringt und auf der Straße landet, dann gehört es automatisch zum Rennen dazu. Betrug. Ich bin Zweiter geworden. Wie unfair ist das denn jetzt? Ey. Aber ganz cool, ganz cool, ganz cool, ganz cool. Oh, ich merke gerade, die Musik ist wirklich ein bisschen laut. So. Genau da, wo schon Bacher 500 und 1000 stattfanden. Legendäre Querfeldeinrennen. Also bitte, die gibt es einmal im Jahr. Wir können das jeden Tag machen. Ach nee, das passt schon. Und wir kriegen ja das Auto, und zwar ein Deberti 2018. Okay. Also von 2018. Und immer noch kein Stufenaufstab. Und da ist das Horizon-Fliegzeug. Okay, alles grün. Mit grünen Lasern. Das sieht ganz cool aus. Das ist halt immer Geschmackserklärung. Mag man nicht Straßenrennen, mag man eher so Derby-Rennen. Denn das ist ja, es kommt immer drauf an. Was fängst du von diesem Ort? Das wird die Adresse für Querfeldeinrennen. Bist du dabei? Ich bin ja früher Go-Kart gefahren, als ich noch jung war. Damals. Das war auch ganz cool. Hier ist das neue Querfeldeinveranstaltungsprogramm. Wir haben sogar ein paar neue Auszeichnungen in Planung. Wir sehen uns. 10.000 neue Rennen freigeschalten. Die Rennen werde ich alle Off-Camp fahren. Klar, weil ich weiß nicht, ob die Rennen so spannend sind für euch. Und als nächstes. Oh, oh, hier gibt es ein unsichtbares Auto. Und hier. Ah, holen wir noch das hier, oder? Würde ich schon sagen. Kriegen wir jetzt eigentlich wieder unser altes Auto? Ja. Gut, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn ich das richtig spiele. Die Besucherzahlen bei Horizon Baha sind explodiert. Wir sind wohl nicht die einzigen, die immer davon treuern. Dann können wir als nächstes noch Rush und Streets ziehen. Mache ich, mache ich. Kannst du dir kurz ein paar Abenteuer ansehen? Das dachte ich mir. Nee, kann ich nicht. Wir kürzen hier ab. Durch die Wüste. Nee, nee, nee. Ich fahre richtig. Ist der Vulkan jetzt aktiv, oder nicht? Ich hoffe, man kann auch irgendwann in den reinfahren. Ich will ja nicht wissen, was mit dem Auto passiert, wenn man das tut. Ist ja schon irgendwie spannend. Es geht für die Wissenschaft. So. Ja, ob die Folge jetzt 20 Minuten geht oder 30, ist nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind eher an der 30-Minuten-Grenze. Aber das ist okay. Dann gibt es jetzt halt heute mal ein bisschen mehr. Vor allem Story-Content. Sehr viel Story-Content heute. Kampagne haben wir aber. Oh, zwei neue Sachen. Also halt noch zwei Sachen, ja. Autos und vier Wheelspins. Die machen wir jetzt noch, Leute. Okay, okay. Komm, 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 komm. Und... Ja. Ich hoffe, die ganze Zeit auf den Windows XP-S. Und ich zeige euch gleich, was ich meine. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Und ein neues Auto. Ein Volkswagen Golf. Ja, gut, den kann man verkaufen. Und wir bekommen... Ein Emote. Ja, schön. Komm, bitte. Bitte gib mir eine neue Hupe. Hupe, Hupe. Bitte, bitte, bitte. Ja, 100.000. Bin ich... Ah, es hätte auch noch eins zu höher gehen können. Aber das ist okay. Das ist nicht so schlimm. so zwei automeisterung also zwei punkte die wir nicht investieren können und im fuhrpark gibt es neues auto ein und allgemein also das war die automeisterung genau ja ich habe das neue auto schon gesehen ja ganz gut also den windows xp sound dafür muss ich auf auto hupe die soundeffekte und als hupe hätte ich halt einfach diesen windows sound weil das ist witzig also dieses ist ganz witzig hier unten haben wir noch von halo wie sich ein schild auflädt aber das einfach ich finde das so witzig die auf die hupe von tiefersuchen wir zu bekommen das ist nämlich witzig weil es das ist das größte in der welt und sie dürfen es ja machen weil es ja microsoft so also wir tun nichts verboten jetzt können wir hier theoretisch mit der drohne rumfliegen oder wir gucken einfach kurz nach dem gebäude es ist sehr viel flach land hier dementsprechend so schwer sollte das schon nicht sein bin ich schon da etwas vorbeigefahren ich weiß es nicht könnte könnte aber auch eine weile dauern bei nächster gelegenheit zum beispiel gibt es auch noch eine brücke soll ich runterfahren oder nicht oder ach komm wobei es könnte auch wirklich hier oben sein ganz am rande ist es aber nicht aber hier oben habt ihr einen sehr sehr guten aus hätte man einen sehr sehr guten ausblick ja aber ich habe noch nichts gesehen ok ich habe ein xbox achievement bekommen das seht ihr nicht ich weiß aber es ist auf jeden fall da ist das die scheune naja vielleicht im zu naja vielleicht im bereich aber ne aber da gibt es aber ne schnellreise rum na brauche ich jetzt nicht unbedingt oh da ist noch was da vor uns ziemlich mittig von allem da ist es ja das habe ich gesehen die sind immer weiß die sehen immer irgendwie so aus ok was haben wir diesmal oh den kenne ich gar nicht einen tollen einen tollen der hat mehr offroad rennen gewonnen als wir warme mahlzeiten hatten der sieht ein bisschen tot aus aber ähm das passt schon gut gut ja ja mach das da ist ein kreuzfahrtschiff wieso wusste ich das nicht klub klub wir fahren zu dem kreuzfahrtschiff die folge geht heute länger ich merke es aber ich glaube das ist ok die xp nehmen wir natürlich mit und da steht einfach ein kreuzfahrtschiff so jetzt ist die schön am wasser entlang müssen so die bohne hier ist das eigentlich normal dass hier eigentlich kein einziger mensch ist irgendwie es ist ultra warm und keiner ist am strand ist da ein swimming pool ne es tut mir leid ich bin schon weg gut also leute ihr wisst es wenn euch die folge heute gefallen hat ja falls ihr das ultra spannend fandet mit dem vulkan das war episch der controller hat vibriert alles statt kurz davor zu explodieren aber wir haben es geschafft dann lasst gerne einen like da wir sehen uns beim nächsten mal bis dann und ciao bis dann bis dann ich über über